100 Prozent Leidenschaft von Heinz, von seinen Mitarbeitern. Ein Feuer gezündet, das ich eigentlich noch nirgends erlebt habe. Und ich kann sagen, das hier ist das Beste, was es gibt, das ich bisher erlebt habe. Highlight im Seminar war auf jeden Fall eben das Gespräch mit Heinz und einem Teilnehmer, wo mal auf so ein Problem, auf ein persönliches Problem eingegangen wurde. Und Rich gemerkt hat, der hat drumherum getänzelt. Und die sind immer näher dran gekommen, wo liegt eigentlich dein Problem, dass du nicht Gas gibst. Und das wurde eben rausgearbeitet. Hammer, Hammer, Hammer. Die Werte, die der Heinz vermittelt, das sind Werte, die ich lebe, die ich auch in meiner Arbeit umsetzen möchte. Und deswegen bin ich auch super gerne hier und super gerne beim Heinz. Mein größtes Learning ist, denke ich, einfach vom Leon auch einfach so ein bisschen Input zu bekommen. Auch, dass er jetzt mit 23 Jahren schon in dieser Coaching-Phase ist, dass er halt auch selber mal so ein bisschen seine Geschichte erzählt hat. Das Coaching mit Heinz und Leon ist absolut perfekt. Sie gehen definitiv auf mich direkt ein, erkennen viele Probleme schon direkt am Anfang und geben mir wertvolle Tipps, wie man Probleme beheben kann. Aber auch direkt die Vision, was man mit den richtigen Schritten alles erreichen kann. Also wie würde ich das Coaching beschreiben? Geil, geil, geil. Hervorragender Austausch unter Kollegen. Toll. Wissenschaftlich aufgearbeitet. Angenehm und informativ. Dass man auf ein anderes Level kommt. Konsequent. Ehrlich. Exklusiv. Hervorragend. Hervorragend.